Zehn Jahre lang gehen Florian Silbereisen und Helene Fischer gemeinsam durchs Leben. Nicht nur beruflich schwimmen die beiden auf der Schlager-Erfolgswelle, auch privat harmonieren die Künstler perfekt. Umso überraschender, als Ende 2018 die Nachricht über die Trennung des Traumduos bekannt wird. Beide beteuern, auch weiterhin befreundet bleiben zu wollen, trotz neuem Mann an Helenes Seite. Wie eng der Kontakt zwischen der Schlagersängerin und Florian Silbereisen seither wirklich ist, wissen wohl nur die beiden. Bei Das große Schlagerfest in Wien sieht sich der 37-Jährige jetzt aber erneut mit seiner Ex-Partnerin konfrontiert. Beim Soundcheck posiert Florian Silbereisen mit begeisterten Fans für ein paar Fotos und schießt auch mit dieser jungen Dame ein Selfie. Doch wir haben hier nur Augen für die Handyhülle. Darauf ist nämlich tatsächlich Helene Fischer bei einem ihrer Auftritte zu sehen. Im sexy Glitzer-Outfit rockt die Sängerin die Bühne. Die Ex-Partner teilen wohl nicht nur die Vorliebe für Musik, sondern auch die Fans. Ob Florian Silbereisen allerdings überhaupt wahrgenommen hat, dass seine langjährige Freundin hier ganz nah bei ihm ist? Anmerken lässt sich der Bühnenprofi jedenfalls nichts. Ganz fremd dürfte ihm dieser Anblick aber auch nicht sein. Immerhin trägt er selbst ein Foto von Helene auf seinem Oberarm und das wohl für immer. Vielen Dank! Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal.